Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video analysieren wir drei Aktien von der 10x Watchlist. Willkommen zu Apple. Aktuelle Marktkapitalisierung 2,71 Billionen US-Dollar, ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 7, ein derzeitiges Kursgewinnverhältnis von 27, bei einem erwarteten KGV von 24, einer aktuellen Shortquote von 0,7%, bei einer Dividendenrendite von ca. 0,5%. Apple schauen wir uns hier im aktuellen Bild an. Wir hatten die Aktie auch in den letzten Wochen immer wieder im Video. Hier läuft auch seit Anfang März ein Trade-Setup bei uns. Die Aktie hat sich und lässt sich nach wie vor viel Zeit in dieser Konsolidierung. Und das möchte ich auch mal ganz klar hier rausarbeiten, jetzt mal mit euch gemeinsam, nämlich diese Konsolidierung im Prinzip seit Juli 2023. Apple geht hier seitwärts, seit ca. 270 Tagen und sowas muss man wirklich auf dem Zettel haben. Der Markt hat jetzt viel Zeit gehabt, diese gewaltige Rallye hier zu verdauen, die wir seit den Tiefs Anfang 2023 gesehen haben. Und wir haben auch in den letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass wir Apple nicht unter 165 US-Dollar sehen wollen. Und das gilt auch nach wie vor, muss ich ganz klar dazu sagen. Zuletzt hat sich jetzt hier ein herrliches Pattern aufgebaut. Diese große Harmonic hatten wir hier ohnehin schon länger auf dem Schirm. Das war hier auch im Bereich von unserem ersten Einstieg. Die erste Rallye, glaubt er nicht, kommt nochmal zurück, baut sich also nach dieser Harmonic hier einen kleinen Doppelboden. Hat jetzt hier auch ein kleines Falling Wedge eingezeichnet. Es gab natürlich auch auf dem Discord für die Mitglieder hier regelmäßig Updates und natürlich auch ein wenig seelischen Beistand, dass man hier bei dieser Aktie jetzt ein paar Nerven braucht, um eben nicht zu früh das Handtuch zu werfen. Wir wissen, so eine Apple, die lässt sich gerne mal ein bisschen Zeit. Erstes Tief, erste Rallye, glaubt er nicht, kommt nochmal zurück, zieht durch, kennen wir von der Aktie. Und jetzt sehen wir eben gestern hier diesen starken Impuls. Gestern ein Plus von 4,5 Prozent. Nicht nur der Breakout aus dem Falling Wedge, sondern natürlich jetzt auch der Breakout aus dem Abwärtstrend bei Apple. Heute sogar noch etwas Follow-Through. Und das ist wirklich hochspannend. Wir haben heute ein paar Probleme mit der 50-Tage-Linie, aber der Bereich von 178 US-Dollar war hier auch schon mal am 21. März Widerstand. Das muss man ganz klar auf dem Zettel haben. Jetzt natürlich hier als gewissen Widerstand für die Aktie auch gewisse Problemzone. Wichtig ist, dass jetzt hier ein Breakout geglückt ist und dass sie aber auch durchaus diesen ersten Breakout jetzt nochmal etwas abkühlen darf, etwas konsolidieren darf. 4 Stunden RSI ist bei 70, 8 Stunden RSI ist bei 65. Der Tages-RSI allerdings, der ist erst bei 56. Also die Aktie hätte hier durchaus viel Platz. Meine Ziele für Apple, die lauten jetzt erstmal wie folgt. Wir sind jetzt von dem Allzeithoch, was wir hier oben sehen. Das war das A unserer Harmonic runter aufs Tief. Sind wir jetzt heute gerade mal aus dem 23er Fibonacci ausgebrochen. Haben es auch mit der aktuellen 8-Stunden-Kerze durchaus nochmal interessant getestet. Das sind 175 US-Dollar. Allerdings, solange wir das 38er, 50er oder 61er nicht abgeholt haben, darf sie hier auch nochmal drunter dippen. Nur, wo ich sie aus aktueller Sicht ungern drunter sehen möchte, muss ich ganz klar dazu sagen, wäre unter 172 US-Dollar. Hier ist die 20-Tage-Linie. Da wollen wir jetzt mit der Aktie nicht mehr drunter fallen. Und dann sind meine Targets im Rahmen unserer Zielzone hier auch von diesem Trade-Setup im Bereich von 179 bis 183 US-Dollar. Hier oben ist dann auch die 200-Tage-Linie. Hier müssen wir extrem vorsichtig sein. Wenn es eine etwas schärfere Rallye wird, dann rechne ich auch mit dem Abwärtstrend hier im Bereich um die 187 bis 188 US-Dollar. Hier müsste man die Aktie dann aber beim dritten Berührungspunkt von dem flacheren Abwärtstrend definitiv neu bewerten. Vor allen Dingen, weil hier auch aus Sicht des Allzeithochs runter aufs Tief dann die Golden Pocket ist. Wenn wir allerdings hier ausbrechen sollten, nach einer gewissen Konsolidierung, dann rede ich durchaus auch über neue Allzeithochs bei der Aktie und die Zielzone für Apple, falls wir hier durchziehen sollten und falls sich dann diese Konsolidierung seit letztem Sommer, diese Seitwärtsphase bullisch auflösen sollte, ist meine Zielzone zwischen 208 und 220 US-Dollar für die zweitgrößte Aktie am Aktienmarkt. Also habt das mal auf dem Zettel. Apple war jetzt schwach eine ganze Weile und es wäre durchaus keine allzu große Überraschung, wenn jetzt hier eine gewisse Out-Performance bevorstehen sollte von Apple. Wir sehen hier auch noch diese drei horizontalen Linien und die sind auch wichtig. Die markieren nämlich diese drei signifikanten Tops. Einmal das alte Allzeithoch im Januar 2022, dann hier das zweite Top im März und hier entsprechend nochmal das Hoch im August. Und da müssen wir drüber und genau mit diesen Levels kämpft die Aktie jetzt auch. Das erste dieser Level sind die 176, 179 und 183 US-Dollar und drüber sind wir dann auch wieder über der 200-Tage-Linie bei Apple. War jetzt eine zähe Nummer, muss ich wirklich sagen. Aber auch gerade nochmal der Hinweis, lasst euch bei solchen Aktien dann nicht zu früh aus dem Markt drängen. Vor allen Dingen, wenn wir sie überverkauft am Support bekommen, da bräuchte es dann schon wirklich meiner Meinung nach oft mal auch ein Black Swan Event, um solche Events dann, um solche Supports dann wirklich zu brechen. und in der Regel halten sie dann eben vor allen Dingen, wenn sich dann solche Patterns wie Falling Wedges aufbauen im Bereich von Doppel, potenziell dann auch im Bereich von Trippelböden, dann sind das durchaus ganz, ganz hochqualitative Trade-Setups, die sich dann eben gerne auch ausspielen. Keine Kurse mehr unter 172 US-Dollar für Apple und ab 180 bis 183 US-Dollar. Fangen wir hier dann langsam, aber sicher auch durchaus mal an mit etwas, wichtig, etwas aggressiveren Gewinnmitnahmen. Und markiert euch auch ganz klar den Donnerstag, den 2. Mai, denn dort wird Apple im Rahmen der kommenden Berichtssaison die Zahlen melden. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gern dein Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Wir kommen zu Perlanz hier. Aktuelle Marktkapitalisierung 50,4 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 22, ein derzeitiger Jahresgewinn von 209 Millionen US-Dollar bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 57 und einer aktuellen Shortquote von 4,4 Prozent. Perlanz hier schauen wir uns an im Chartverlauf zurück bis etwa Juni, Juli 2023. Hier geht es im Prinzip aktuell um mehrere horizontale Levels und vor allen Dingen auch diesen Trendkanal, der eben intakt ist seit Juli 2023. Es gab hier diesen Fake-Out, diese kleine Schulterkopf-Schulterformation. Wir sind jetzt unter der Nackenlinie, wenn man so möchte, von dieser SKS. Wir sind auch nach wie vor unter diesem Abwärtstrend und der ist mir durchaus wichtig. Hier muss Perlanz hier entsprechend ausbrechen, um dann auch wieder deutlich mehr Aufwärtspotenzial freizuschalten und die Levels, die wir hier gebrochen sehen wollen zur bullischen Seite, dann um wirklich mittelfristig deutlich höhere Ziele zu sehen. Da muss Perlanz hier hier aus den 25,50 Dollar ausbrechen. Auf der Downside achten wir bitte auf das Level, was der Markt hier eindeutig, sehr, sehr eindeutig verteidigen möchte derzeit. Und zwar ist das der Bereich von etwa 21,90 Dollar. Das war hier im November 2023 der Berührungspunkt von diesem Trendkanal. Und das wird jetzt hier aktuell zum Support, was hier so stark zum Widerstand wurde, nochmal eine starke Korrektur getriggert hat. Versucht der Markt jetzt hier aktuell mit einem kleinen Doppelboden zu halten. Habt solche kleinen Dinge bitte auf dem Schirm. Aber man muss auch dazu sagen, Warnsignale gibt es hier definitiv auch im Chart von Perlanz hier. Und die sind namentlich auch vor allen Dingen zu suchen im Bereich der gleitenden Durchschnitte. Denn nicht nur sind wir jetzt schon länger durch die 20-Tage-Linie gefallen. Wir sind jetzt hier auch mit der aktuellen Preis-Section im April unter die 50-Tage-Linie gefallen. Halten uns jetzt hier aktuell auch unter der 50-Tage-Linie. Und man muss ganz klar dazu sagen, falls hier die 21,80 brechen sollten, dann sehe ich hier mindestens ein Washout kommen. Wenn wir sehen, wie diese Tops hier funktionieren, dann müssen wir natürlich auch klar das Top hier auf dem Schirm haben. Und das wäre horizontal gesehen etwa der Bereich von 20,20 Dollar. Und das wäre dann hier auch im Bereich der Herzlinie von diesem Trendkanal. Das wäre meine Zielzone, falls die 21,80 brechen. Unter 20,20 Dollar allerdings. Da müsste man sich wirklich mit dem Washout auseinandersetzen in Richtung 17 US-Dollar. Gegebenenfalls dann auch nochmal mit einer Perlanz hier, die unter die 200-Tage-Linie fällt, die derzeit bei 18,50 Dollar läuft. Tendenz steigen, weil wir natürlich drüber handeln. Also bei Perlanz hier gibt es spätestens ein Update für die Mitglieder im Discord, wenn dieser Abwärtstrend hier bricht. Das halte ich durchaus für ein spannendes Kaufsignal. Vor allen Dingen auch, wenn wir zurückkommen sollten aus diesem Trendkanal, falls wir hier, was eben im Endeffekt die Nackenlinie war von dieser kleinen Schulterkopf-Schulterformation, falls wir das wieder bullisch sprechen sollten. Das ist die Preis-Action, die die Perlanz hier Bullen sehen wollen. Und dann ist auch Tür und Tor geöffnet für neue Hochs über die Targets. Sprechen wir dann, wenn wir zumindest mal die ersten kleinen bullischen Schritte hier wieder sehen bei Perlanz hier. Und das ist für mich jetzt mal zumindest zu sehen, dass weiterhin ganz klar dieser Support hält. Und dann wollen wir doch gerne mal auch sehen, wie sich das Ganze hier verhält im Rahmen von diesem Abwärtstrend. Hier müssen wir raus aus dem Trendkanal, müssen wir auch wieder raus. Und dann kann sich diese Schulterkopf-Schulterformation auch noch bullisch auflösen. Denn man muss dazu sagen, das Ziel haben wir noch nicht abgeholt. Da würden wir nämlich reden über eine Perlanz hier im Bereich um die 19 US-Dollar. Also falls das Ganze sich jetzt hier um eine kleine Bärenflagge handeln sollte, also hier der Impuls unter die Nackenlinie und jetzt hier eine bärische Konsolidierung, wir gehen nochmal drunter, dann sehen wir die Perlanz hier im Bereich zwischen 2020 und der 200-Tage-Linie. Und dort müsste man sich eben dann anschauen, ob der Markt sogar die Unterseite sehen möchte von dem Trendkanal. Bis dahin habt bitte die 21,80 ganz klar als Support auf dem Schirm für Perlanz hier. Und kommt natürlich auch auf dem Discord. Hier gibt es auch zu dieser Aktie regelmäßig natürlich Updates. Vor allen Dingen, wenn wir hier einen schönen Breakout sehen sollten, unter 21,80 wird es rutschig. Und die Earnings für Perlanz hier jetzt im Rahmen der kommenden Berichtssaison, die lassen noch etwas auf sich warten, denn die sind am Montag, den 6. Mai. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Kommt zu Block, aktuelle Marktkapitalisierung 47,8 Milliarden US-Dollar, ein aktuelles Kursumsatzverhältnis von 2,2, ein derzeitiger Jahresgewinn von 9 Millionen US-Dollar, allerdings bei einem erwarteten Kursgewinnverhältnis von 18 und einer aktuellen Shortquote von 2,4 Prozent. Und die Earnings bei Block im Rahmen der kommenden Berichtssaison, die gibt es am Donnerstag, den 2. Mai. Block schauen wir uns heute mal im ganz kurzen Zeitfenster an. Ich möchte nochmal etwas rauszoomen, nur dass wir im Prinzip diese Seitwärts-Range uns anschauen, können nochmal zurück bis ins Jahr 2022. Hier eine sehr, sehr lange Konsolidierung. Manche sehen hier auch im Prinzip eine große, gewaltige, inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Kann auch sein. Wichtig ist für uns, dass wir die Range auf dem Schirm haben. Und das ist der Bereich 83 bis 87 US-Dollar-Widerstand im erweiterten Umfeld, 93 bis 100 US-Dollar. Und erst über 100 US-Dollar hat die Aktie dann wirklich das große Aufwärtspotenzial auch eben für eine größere Gegenbewegung in Richtung der Allzeithochs. Da schauen wir uns dann in Kürze auch mal wieder das große Bild an, wo dann meine Kursziele sind im Rahmen vom 38er, 50er, 61er. Denn das 23er Fibonacci der gesamten Downside ist erst bei 97 US-Dollar. Und dann bei 130 US-Dollar sehen wir dann erst das 38er Fibonacci gemessen an den Allzeithochs runter bis ans Tief, was wir hier gesehen haben im Oktober letzten Jahres. Also Block hat nach wie vor viel Aufwärtspotenzial, aber jetzt gerade kurzfristig müssen wir hier ein bisschen darauf achten, was sie macht. Hier ist aktuell noch ein Aufwärtstrend intakt, der zum jetzigen Zeitpunkt aber gemessen am letzten Hoch nicht mehr überschneidungsfrei ist. Also hier ein kleines Warnsignal. Aktuell hält allerdings dieser Aufwärtstrend noch sehr beeindruckend. Und zwar kommt er von den Tiefs im Oktober 23, hatte hier dann im Februar einen gewaltigen Berührungspunkt mit einem unfassbaren Squeeze im Rahmen der Earnings um 30 Prozent. Und so ein Squeeze möchte dann eben auch gerne ein bisschen konsolidiert werden. Hier ist jetzt eine interessante Preis-Action gewesen und zwar diese 8-Stunden-Kerze am 5. April. Wenn wir uns hier mal den Support einzeichnen, auf der linken Seite sehen wir es auch. Dann haben wir da drunter gefischt und sehen sofort die Reaktion vom Markt. Also wirklich interessant. Wichtig ist aber auch, dass sich hier, wenn wir das Ganze als Nackenlinie sehen, durchaus auch eine kleine SKS verstecken kann hier oben. Und wenn sie brechen sollte, dann sehen wir mindestens den Washout in Richtung 200-Tage-Linie. Also hab's mal auf dem Zettel, dieses Tief, was wir bei Block gesehen haben. Am 5. April in Kursen ausgedrückt 72,50 Dollar. Das ist hier ein Level, was wir ungern gebrochen sehen wollen. Ansonsten müssen wir uns hier mit einem gewissen Washout auseinandersetzen. Und unter der 200-Tage-Linie, also unter 64, 65 US-Dollar, wird's dann wirklich potenziell sogar nochmal richtig bearish werden. Vor allen Dingen, falls diese kleine Supportzone hier auf der linken Seite brechen sollte, dann keine Supports bis in den Bereich um die 50 US-Dollar gegebenenfalls sogar drunter. Aber für den Moment ist hier vor allen Dingen auch noch dieser Aufwärtstrend intakt. Wir haben ihn jetzt auch in den letzten Handelstagen ganz kurzfristig mal noch nicht angetestet. Kann definitiv noch kommen. Wir können uns hier auch mal so einen gewissen Abwärtstrend mal drüberlegen. Sieht das Ganze dann an schon, wann sich hier aus dieser Range mal ausbricht. Im Prinzip ist mir jetzt hier erstmal wichtig, dass wir darauf achten, dass das Ganze definitiv von unten kommend steigende Tiefs sind. Und wir aber hier oben eine ganz klare horizontale Widerstandszone auf dem Schirm haben, was dann eben im erweiterten Umfeld ein gewisses aufsteigendes Dreieck bietet. Das wollen wir sehen, diese Preis-Action bei Block. Und dann ist vorprogrammiert, dass wir hier auch ausbrechen in Richtung der 100 US-Dollar. 50-Tage-Linie auch interessant, wurde hier auch mit diesem WIC gekauft zuletzt. War Widerstand, wird jetzt hier offensichtlich zum Support. 50-Tage-Linie läuft bei 75,70 Dollar. Ist ein erstes wichtiges Level, worauf wir achten, auch gerade im Hinblick auf den Aufwärtstrend. Zusammen mit dem Tief, was wir hier gesehen haben, ergibt das hier eine schöne kurzfristige Zone, wo wir die Aktie nicht mehr drunter sehen wollen, zusammen mit dem Aufwärtstrend. Ansonsten Backtest dieser Tiefs, Backtest der 200-Tage-Linie, mein Primärszenario. Und ansonsten muss man hier ganz klar sagen, zumindest seit den Multijahrestiefs. Der Trend ist your friend. Neue, höhere, hochst zuletzt, obwohl wir aktuell eben nicht mehr überschneidungsfrei sind. Und deswegen müssen wir hier ganz besonders auf diese Supportzone achten. Und wie gesagt, falls uns das hier brechen sollte, dann aktiviert sich hier eben diese kleine SKS, die dann Mindestziel 200-Tage-Linie hätte drunter, wird es rutschig. Hab es aber auf dem Zettel. Aktuell, muss man sagen, ist bei Block der Aufwärtstrend noch intakt, auch wenn wir jetzt ganz aktuell in der Preis-Action etwas tiefere hoch sehen. Also was wir sehen wollen, ist der Breakout bei Block aus den 83 und dann vor allen Dingen aus den 87 US-Dollar. Wenn du die Reichweite von dem Video deutlich erhöhen möchtest, lass sehr gerne dein Like da, abonniere auch den Kanal und schreib vor allen Dingen auch gerne einen Kommentar unter das Video. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung, dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Tschau.